Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pallia. Ja, ich wollte eigentlich nur meine Sachen wegbringen und da steht plötzlich Auni bei mir vor der Tür. Mal hören, was er zu sagen hat. Hallo, also ich habe dich und Dad nicht aus Versehen belauscht, das verspreche ich. Nicht aus Versehen. Ich habe gerade eine meiner Rauchbomben vor der Scheune abgeworfen und war auf der Suche nach ihr. Und da habe ich zufällig gehört, worüber ihr beide euch unterhalten habt. Zu eurem großen Glück habe ich die Lösung. Okay, was fällt dir dazu ein? Wir stellen einen Selbstvertrauensglücksbringer für ihn her. Ich habe mich vorhin in der Bibliothek umgesehen und ganz hinten dieses super coole Buch gefunden, das einem genau erklärt, wie das geht. Da, schau. Man braucht nicht mal besonders viele Zutaten und wahrscheinlich ist es auch nur ein ganz klein wenig illegal. Oh, super. Gute Idee. Schön, oder? Damit hat er dann genug Selbstbewusstsein, um mehr zu spielen. Bisher wusste ich ja nicht mal, wie gut er ist. Ich weiß, dass Musik vielleicht nicht sein Weg ist, aber man darf doch Hobbys haben, oder? Machen wir es. Ja, okay. Ich habe... Hier habe ich die Liste mit den Zutaten. Komm einfach zu mir, wenn du alles hast. Dann machen wir das Ritual. Bis dann. Bis dann. Oh, er backt schön weg. Ja, ansonsten hat er keine Probleme. Ich meine, Seidenfäden, okay, das kriege ich noch hin. Feuerspuckende Libelle. Von Strömung durch drungenes Herz. Was haben die bitte alle für Probleme aktuell? Ich werde mich jetzt erstmal um mein Gemüsebeet kümmern und dann schauen wir mal weiter. So, irgendwo da ist sie doch. Hier ist nämlich Esche mit einer Quest. Die mal wieder auf Englisch ist. Ich soll auf irgendwas gucken. Das ist eine... Was heißt das auf Deutsch? Newspaper. Eine Zeitung? Es ist ihre Zeitung. Komplett ruiniert. Hassians Biest, in Anführungszeichen, hat sie gestohlen und für zwei Wochen, okay, also vor zwei Wochen. Er ist aus den Büschen gesprungen, als Auni das wohl aufheben wollte und es ihr geben wollte. Also sie hofft oder sie beauftragt mich jetzt damit, wie auch immer, dass Hassian ihn besser trainieren soll. Er ist ein Free Spirit, genau. Can you train a ploumhound? Ja gut, alles kann man irgendwo trainieren, wenn man so möchte. Sein Spirit mag zwar frei sein, aber ihre Zeitung ist es nicht. Ich glaube, sie will ihm alles in Rechnung stellen oder sowas. Okay, also wir sollen dafür sorgen, dass er die Zeitung in Ruhe lässt. Okay, das ist das Übliche hier. Das heißt, wir sollten wahrscheinlich jetzt zu... Ah, jetzt muss ich mal eben gucken. Moment, Fundament der Gesellschaft. Das können wir mal runter machen. Finde deinen Schieb. Not a good boy. So, das nehmen wir jetzt rein. Wir sollen seinen versteckten Stapel von Zeitungen finden. Talk to Hassian. Wo ist ein Hassian? Der ist hier oben. Schauen wir mal, dass wir den erstmal erwischen. Vielleicht kann der uns ja irgendeinen Tipp geben, wo der seinen Stapel hat. Vielleicht sagt er, er hat immer da und da gegraben oder so. Und dann können wir da vielleicht einen riesigen Stapel ausgraben an Zeitungen. Ich meine, auf der einen Seite ist es ganz lustig. Auf der anderen Seite, bin ich ganz ehrlich, kann ich sie natürlich auch verstehen. Wenn da jetzt immer wieder, sag ich mal, ein Hund ankommen würde zum Beispiel und die Zeitung klauen würde, die ich eigentlich lesen wollen würde. Das wäre natürlich scheiße. Sind wir mal ganz ehrlich, deswegen... So, zack. Tau, du kleiner Mistkerl. Ja, du. Hat jemand einen bösen Jungen gesehen? Das funktioniert nicht bei mir. Och, der ist so süß. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Ah. Ich finde es einfach nur niedlich. Hast du ja, bleib doch mal stehen. Ich muss mal kurz mit dir reden. Tau ist am liebsten in der Natur, genauso wie ich. Ja, aber er hat Zeitungen gestohlen. Tau ist nicht mein Hund. Plumhounds sind unabhängige Kreaturen. Seine Freundschaft ist ein... Ja, wie nennt man das? Ah, ich komme jetzt gerade nicht auf das deutsche Wort. Keine Erwartung. Ja, eine Zugabe sozusagen. Ja, es gibt ein besseres Wort dafür. Ich wünschte auch, ich hätte einen. Ich dachte gerade, da hinten springt ein Chabar. You cannot have a plown. Also, du kannst keinen plauen Hund, übersetze ich mal, haben. Du kannst nur von einem ausgewählt werden. Put some of those mega-tracking skills. Mega-tracking skills. Was ist das denn? Tracks are quite strict. You will be able to find something. Try Bahari. Bahari Bay. Okay. Hm. Ja, ich bin jetzt überhaupt nicht weiter als vorher. Aber er meinte auf jeden Fall, ich soll es mal bei Bahari Bay probieren. Und irgendwas mit seinen Skills, was ich jetzt schon wieder vergessen habe, weil das nicht auf Deutsch war. Ja, das ist halt blöd. Man merkt sich das natürlich nicht. Man übersetzt sich das innerlich so ein bisschen. Aber das war es dann auch. Und man vergisst es dann natürlich auch direkt wieder. Also, die Story ist dann so gar nicht da, wenn es nicht auf Deutsch ist. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Aber ich überfliege das dann halt, weiß dann ungefähr, was gesagt wurde. Und das war es dann. Also, sprich, ähm, ich merke mir das dann nicht. Durchsuche diese Gegend. Ja, das dachte ich mir schon. Äh, dass wir wahrscheinlich wieder Fußspuren suchen müssen. Genau. Die gehen, wenn ich das richtig sehe, in die Richtung. Die würden jetzt hier hochspringen. Was wahrscheinlich eher nicht richtig ist, oder? Bin mir grad nicht sicher. Moment, was haben wir hier? You dig through the... Well, if you were blown out. Okay, aber ganz offensichtlich haben wir die Sachen gefunden. Das war ja jetzt gar nicht so schwer. Ich dachte, wir müssen hier wieder durch ein Riesengebet durch. Ja, cool. So. Die Frage ist nur, wo ist Escher eigentlich? Die ist da. Wir müssen da jetzt noch eben hin. Ja, cool. Dann ist die... Ja gut, ob die Quest jetzt schon zu Ende ist, weiß ich natürlich nicht. Aber den Teil mit der Suche, der ist dann zum Glück nicht so lange gewesen, wie ich es mir schon... wie ich es schon befürchtet hatte. Weil beim letzten Mal, das war ja Lauf in die Richtung. Und dann sind wir ja immer wieder diesen Fußspuren hinterher gelaufen. Und dann haben wir uns doch... Haben wir es irgendwie geschafft, doch wieder im Kreis zu drehen. Aber das war cool. Also einfach nur nach rechts gucken. Da sind die Fußspuren, wenn man ankommt. Und dann nochmal nach rechts. Moment, ich wäre jetzt nicht hier durch, weil das ist dann wieder so blöd. Äh, die ist aber trotzdem hier drin, oder? Sieht mir zumindest so aus. Ne, jetzt ist sie wieder draußen. Ah, die ist anscheinend oben. Nehme ich mal an. Ah ja, hier. Eine Magistratin hat nie Feierabend. Äh, ich habe deine vermissten Zeitungen gefunden. Ach. Äh, keine Ahnung, was das heißt. Oh, 300 haben wir bekommen. Well done. Well done. Ja, also für 300 auf jeden Fall. Kann man nichts gegen sagen. Nehmen wir hier die Abkürzung. Kenyatta, können wir auch nochmal kurz mit quatschen? Ne, können wir nicht mit quatschen haben wir heute schon. Okay. Dann lassen wir das sein. Ja, dann haben wir natürlich immer noch diese eine Quest, mit der wir jetzt eigentlich nichts anfangen können. Äh, und die Quest mit dem Blaubeerkuchen. Also ich werde jetzt nochmal nach Hause gehen, nochmal gucken, ob ich irgendwie die Sachen zusammenkriege für den Blaubeerkuchen. Das Problem ist halt, es waren Sachen dabei, soweit ich mich erinnere, die entweder sehr teuer waren von der Anschaffung her. Wobei ich mir tatsächlich, glaube ich, mal überlegen sollte, ob ich die nicht kaufe. Weil es findet sich offensichtlich seit Wochen nicht eine einzige freundliche Person, die einen Blaubeerkuchen macht. Deswegen mal schauen. Küche, das war im Ofen, soweit ich mich erinnern kann. Oder war das der andere? Ne, ich glaube, das war der andere, ne? So, mit Escape komme ich ja gar nicht raus. War das der Ofen? Blaubeerkuchen. Ich bräuchte Weizen und zwei Blaubeeren. Ah ja, okay, die zwei Blaubeeren, die sind natürlich jetzt, Weizen habe ich natürlich jetzt auch keinen angebaut. Gut, jetzt muss ich dazu sagen, Blaubeeren kann ich nur gebrauchen, wenn sie Sternenqualität haben für die eine, für die Delilah. Da ist, glaube ich, nur ein Ausrufezeichen, weil wir nicht alles haben, nehme ich mal an. Mischstationen und Vorbereitungsstationen haben wir, also da sollten wir normalerweise keine Probleme kriegen. Also ein Weizen und zwei Blaubeeren. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob wir jetzt hier noch irgendetwas haben, um Weizen anzubauen. Sieht aber nicht danach aus. Und Blaubeeren selber haben wir, glaube ich, auch nicht mehr, ne? Wollte gerade sagen, was macht das denn jetzt da drin? Habe ich jetzt doch einen? Aber ich hatte keinen mehr. Ich habe Blaubeeren zum Anpflanzen, ja. Ich mache das ja jetzt eigentlich hier alles fürs Geld extra. Das sind die Blaubeeren. Steht natürlich sonst nichts drin. Weizen habe ich aber definitiv nicht. Ja, dann gehe ich jetzt mal nach Zeki. Mal gucken, ob ich noch Weizen da kaufen kann. So. Dann nehme ich euch dann nämlich nochmal kurz mit. In der Hoffnung, dass wir zumindest da weiterkommen. Weil, wenn ihr dann auch vor dem gleichen Problem steht, wisst ihr zumindest, ob ihr da Weizen holen könnt. Ich meine, ich hätte wirklich mal was gesehen, dass man da Weizen kaufen könnte. Zumindest die Samen dafür. Aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. So, wir können auch nochmal kurz den Glückskeks machen. Uh, geschlossener Austern. Ja, cool. Also Weizen Samen haben wir auf jeden Fall. Weizen an sich können wir nicht fertig kaufen. Das ist natürlich blöd. Aber, naja gut, darauf haben wir ja schon eingestellt. Mais habe ich übrigens auch nicht, fällt mir gerade ein. Ich hole mal einmal auch Mais Samen. Und ich glaube, Reissamen habe ich auch keine mehr. Dass ich die auf jeden Fall mal bei mir drin habe, dass ich die mal vervielfältigen kann, sage ich mal. So, Weizen Samen brauche ich im Endeffekt einen. Aber nehmen wir mal zweimal. Weil ich den ja brauche und dann abgeben muss. So, ja. Das mit dem Blaubeeren, da könnte ich eventuell. Delilah, mit dir habe ich heute noch nicht gesprochen. Ja, ich weiß, ich weiß. Das ist ja nur noch... Nur noch dieses. Ich will eigentlich nicht mal mit dir reden, sondern alles einfach nur noch durchklicken, bitte. Ist zwar sehr, sehr doof, muss ich auch dazu sagen. Und ich würde am liebsten auch mit denen sprechen. Aber was will ich mit denen sprechen, wenn sie sowieso nichts sagen? Weil die sagen ja immer wieder das Gleiche, ich habe einen gewissen Punkt. Moment, Moment, Moment. Nein, mit G, so. Ich will nämlich eine Sache mal eben wissen. Blaubeer... Achso, Blaubeersamen kann ich nur mit dem Ding kaufen. Nein, mir fehlen immer noch 60 für Apfelbäume. Naja, gut. Aber das ist auf jeden Fall das, was ich wissen wollte. Blaubeer Samen, ja, kann man kaufen. Aber brauche ich halt diese blöde Währung da, wo man halt nicht so schnell drankommt. Für und kein Geld. Oh mein, mit dir habe ich heute noch nicht gesprochen. Äh, oder doch. Wir haben zwar noch nicht gesprochen, aber Hauptsache wir haben es schon registriert, dass wir gesprochen haben. Hallo? Was soll denn das? Tisch mit dir habe ich auch noch nicht gesprochen. So. Ich muss ja irgendwie meine Beziehung hochkriegen, damit ich mal eine Beziehung auf vier habe. Dann nehme ich den erstbesten, dass er mein Schieb wird. Also, nur damit wir dann endlich mal weiterkommen da bei dem Kram. Eigentlich wollte ich ja jemanden nehmen, den ich besonders toll finde oder so, aber, ja, es geht ja offensichtlich nicht. Und da ich die Schokolade ja an Mudaru verschenken möchte und der Idiot immer noch nicht Level 3 hat, was soll man da sagen, ne? Ich meine, ja, es ist halt doof. Aber ich will halt nicht irgendjemanden. So, dann machen wir das so, dass wir hier noch was machen. Ich meine, hier haben wir immerhin noch ein bisschen Platz, ne? Und wir haben die, wir haben die, das war Reis, ne? Genau, das ist Weizen. Zack, Weizen. Wobei, streng genommen könnten wir. Reis und Mais, wie viel, ja, das ist jetzt bestimmt ein Fehler gewesen, ne? Lass mich raten, ich brauche da mehr von. Hier, von Weizen brauche ich nur einen. Von Reis brauche ich auch nur einen. Oh, Mais brauche ich auch nur einen. Okay, perfekt. Ja, dann würde ich tatsächlich sagen, dass wir hier noch zwei anlegen, zwei Beete. Und dass wir einfach da dann die letzten zwei noch mit reinpflanzen. Einmal die fünf. Den Mais und den Reis. Dann haben wir das nämlich auch. Da erwischen wir alles mit sehr schön. So, ja. Ich würde sagen, das ist soweit okay. Und dann würde ich auch wirklich sagen, dass wir nach den Vorbereitungen jetzt einfach mal hier einen kleinen Cut machen. Im Moment habe ich halt nicht so wirklich was, was ich noch machen kann. Wir haben jetzt eine neue Quest dazu bekommen. Die ist jetzt auch abgeschlossen. Wenn mir jetzt nicht irgendwo noch mal eine neue Quest über den Weg läuft, da ich halt den Charakter gelevelt habe, also die Beziehung zum Charakter, kann ich momentan nicht allzu viel machen. Ich muss mal schauen, dass ich die Glasscherben zusammenbekomme, das Silbererz zusammenbekomme, Kernholz. Ich meine, zehn ist nicht viel, aber ich bin ganz ehrlich, kann sein, dass ich das auch erstmal wieder herstellen muss, dass ich gar nicht mehr so viel habe. Kartoffeln im Sternchenmodus zu bekommen, ist noch die eine Sache. Chapar-Fleisch zu bekommen, das wird wohl schwieriger werden. Da muss ich wohl so einige Chapars tatsächlich erstmal jagen. Knoblauch wäre auch weniger das Problem, glaube ich. Die ölige Sardelle, da hatte ich mal irgendwo einen Tipp bekommen im Channel, also auf YouTube, wo ich die angeln kann. Ich glaube, es war nachts und mit ohne Glühwürmchen, ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall mit einem Wurm dran. Und ich meine, es war in Baharia Bay. Aber ich muss mir das jetzt nochmal genau angucken und ja, vielleicht kriege ich das dann ja doch mal hin, dass ich dann noch eine ölige Sardelle erhalte. Und ja, ich bin gespannt. Ich tue auf jeden Fall auch alles, damit wir den Blaubeukuchen mal selbst zusammenkriegen, dass wir da vielleicht auch noch weiterkommen. Vielleicht, ja gut, ich denke nicht, dass das jetzt der Freund von ihr ist, so wie ich das verstanden habe. Also entweder hat er sein Bein verloren oder sein Fuß verloren, lebt aber noch und wandelt irgendwo umher oder ist vielleicht eingeklemmt. Ich weiß es ja nicht, das ist ja so ein Roboter, sage ich mal. Aber ich meine, dass sie mal irgendwann gesagt hat, dass der verschollen war. Aber ich bin mir nur nicht hundertprozentig sicher, deswegen, also was da noch auf uns zukommt, ob wir da noch was machen können, das würde mich auch noch interessieren. Ja, und halt eben die Sache mit dem Blaubeukuchen, was da jetzt genau hinter steckt, weil das ist ja irgendwie so ein Viech von der einen mit der Brille, die immer in der Bibliothek ist. Ja, da bin ich auch noch gespannt. Also wir können doch in einige Richtungen noch ein bisschen was machen, aber halt vieles mit Vorbereitung, was eventuell ein paar Tage dauert. Deswegen seid mir nicht böse, wenn vielleicht die nächsten zwei, drei Tage erstmal nichts kommt. Das heißt, da musste ich zwischendurch erstmal reingehen und musste wieder was pflanzen, was vorbereiten und so weiter, bis ich dann erstmal was aufnehmen konnte. Und ich nehme ja meine Episoden immer so ab 25, also in der Regel 25, in der Regel 20 bis 30 Minuten ungefähr auf. Das heißt, wenn ich jetzt was geschafft habe, das aber nur fünf Minuten lang war, dann lade ich das natürlich nicht hoch. Dann muss ich das wiederum so lange bei mir auf dem PC lassen, bis ich noch was anderes gefunden habe, um dann wirklich eine Folge voll zu kriegen. Deswegen nehmt es mir bitte nicht böse, wenn mal ein paar Tage nichts kommt. Ihr wisst Bescheid, dann bin ich fleißig am Arbeiten und ja, ich sag dann einfach mal bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.